Ja, beim Ruhenturm kann ich glaube ich noch nicht sehr viel machen. Also beim Weg zum Ruhenturm, aber ich geh mal hin und gucke mal. Vielleicht geht's ja doch da weiter. Man weiß ja nie, meistens sind es die unmöglichen Plätze, wo es weiter geht. Also gucke ich einfach mal. Ah, Misty. Komischer Tisch, ey. Der Leck war gerade sehr unschön, oh Gott. Der war auch unschön. Und hier tickt's. Yo, extrem Leck. Tick, zack. Diese Uhr sieht ein bisschen auffälliger aus von den anderen hier. Oh, okay. Das war der falsche Knopf. Okay, das bringt nix. Moment, hier unten vielleicht irgendwas? Nö. Nix, okay. Dann geht's weiter. Okay, hier kann ich auch noch nichts anstellen. Naja. Hätte ja sein können. Okay, jetzt hab ich wieder schwarzen Bildschirm. Was mich mal wieder sehr beunruhigt. Okay, doch nicht. Tick, zack. Hier ist auch wieder so eine hellere Uhr. Oh, ne Menge Flohmänner. Okay, da könnte ich noch weiter. Genau. Obwohl, ich glaub, das ist auch ein Weg, wo ich... Hä? Ich probier's einfach mal. Also oben. Nein, speichern. Erstmal. Vor allen Dingen hier durch diese Abstütze sehr wichtig. Oberste Priorität. Speicher. Ach, Mensch. Das Race läuft so schlecht für mich. Vor allen Dingen, da ich hier die Wege echt nicht kenne. Ich kann nur hoffen, dass Sano vielleicht mal ein paar Mal krepiert und dadurch auch Zeit verliert. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür sind sehr gering. Natürlich darf ich auf den Umweg laufen. Ganz großen Umweg sogar. Zwei Wasser behalte ich jetzt. Okay. Dann lauf ich mal hier rum. In der Hoffnung, dass ich wirklich irgendwie, aua, nicht von Gegnern getroffen werde, noch den Weg irgendwie finde. Also eins will ich jetzt da auf jeden Fall noch ausprobieren. Das, was mir jetzt da so... Wobei... Na doch, versuchen kann ich's. Möglicherweise ist das der Weg. Ach, ne, jetzt muss ich hier durch. Nein, hier kommt gleich diese Mistviecher. Egal. Ich kann sie trotzdem offensichtlich besiegen. Vor allen Dingen hier. Hey, der ist sogar schneller kaputt als vorher. Plattenlord, okay. Auch nicht schlecht. Ich sag ja, die haben hier teilweise echt verrückte Namen. Na gut. Ich glaub, die übersetzte Form davon hört sich auch etwas anders an, als wie ich sie hier jetzt gerade so frei übersetze. Und hier krieg ich mal nur einen Dollar. Oh, okay, 250. Die, ah, Geister, Geister. 250 sind schon mal sehr gut. Und wieder nur einer. Braucht man alles gar nicht. Herz. Nein, ich brauch keine Deutsche. Okay, jetzt kommt hier gleich dieses Mistvieh, das mich schon einmal umgebracht hat. Genau das. Aber müsste jetzt auch schneller kaputt gehen. Sei doch. Das ist auch kein Problem mehr. Gott sei Dank. Habe ich diesen Ärger nicht mehr am Hals. Es gibt nur noch andere Gegende, wo ich möglicherweise Probleme haben könnte, aber... Erstmal da hinkommen. Okay, hier habe ich ja meine ersten Relikt gekommen. Schon wie ein CD-Raum. Und... Ich bin in ein Archmela-Labor. Okay, da oben ist der Weg. Das heißt, ich muss links, 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 oben, 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 links. Irgendwie so. Und dann irgendwie rechts halten. In der Hoffnung, dass ich da ankomme. In der Hoffnung, dass ich da ankomme. Oder weiterkomme. Also, brauche ich nicht. Lass mich einfach mal aus. Das ist unwichtig. Okay, so. Jetzt muss ich links und dann hoch. Okay, diesen Weg da nach oben kann ich nicht. Nein. Ich werde zwei Wasser noch behalten. So. Okay. Und weg mit dir. Scheiß Killett. Ja, die Gegner gehen mir auch ein bisschen auf die Nerven, so. Ich werde endlich mal wieder neue Gegner. Vor allem einen neuen Boss. So, hier vielleicht lang. Ne, ist ein anderer Weg, aber hier ist auch noch was. Okay, hier ist ein Weg. Den ich noch nicht gegangen bin. Okay, ich bekomme ein... Irgendwas mit einem Cape. Na toll, das Pause-Menü braucht hier ein bisschen. Okay. Kleine Schlafstunde. Na komm schon. Komm schon. Na also. Es kostet auch Zeit, diese... Nein. Diese Dinger. Okay, das bringt nichts. Gibt mir nur weniger Verteidigung. Dabei brauche ich mehr Verteidigung. Wäre zumindest nicht verkehrt. So was zu haben. Ah, dummer Axtritter. Überrascht mich einfach so und greifst mich einfach so an. Okay, ihr Flücher seid scheiße. Wie heißen die überhaupt? Ähm, Spittelknochen. Jetzt müssen wir mal wissen, was Spittel übersetzt heißt. Halt, Speicherpunkt. Der kommt wie gerufen. Hui. Endlich. Wenn ich gleich auch noch weiterkomme, bin ich noch glücklicher. Ich meine, diese Aufnahme will ich nicht extra umsonst machen. Ich will weiterkommen. Weil bin ich schon so weit im Rückstand, dass ich, ja, bald schon gar nicht mehr aufholen kann. Aber trotzdem will ich noch irgendwie versuchen, was rauszuholen. Mensch, kommt schon eine Alucard. Gut, hier rechts. Ah, okay. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Nee, da komme ich nicht hin. Wie es aussieht. Okay. Da bleiben echt kaum noch Optionen übrig. Also da geht nicht, da geht nicht, da geht nicht. Da komme ich auch nicht weiter. Toll, ich habe völlig schlechten Karten. Ich weiß nicht weiter. Ich bin echt ratlos gerade irgendwie. Ich kann nur noch da links laufen und da eventuell nochmal bei der Kapelle gucken. Aber daran glauben, dass ich da weiterkomme, tue ich irgendwie nicht mehr. Ich müsste fliegen können, aber... Ach, Mann. Erstmal wirklich wissen, wo man das nochmal kann. Oder wo man das nochmal kriegt. Das Schlimme ist wirklich, ich weiß nicht... Ah, ich könnte bald schreien. Irgendwie muss es doch einen Weg geben. Mann, ey. Mir vergeht schon bald die Lust an diesen Rays. Dadurch, dass ich den Weg nicht mehr weiß. Also, gewinnen kann ich auf jeden Fall nicht mehr. Da muss wirklich schon ein Wunder geschehen. Um gegen Sanu noch zu gewinnen. Ein wahrliches Wunder. Und dieses Wunder glaube ich schon bald nicht mehr. Wunder glaube ich sowieso schon seit langem nicht mehr. So selten wie jetzt mir etwas gelingt oder was auch immer. Ach, okay. Dann nicht. Egal. In dieser Krüche sind sowieso nur ein paar... ...Nutzlose. Na gut, Nutzlose vielleicht nicht, aber... ...Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt so dringend brauche. Auch mal die Knochen-Säulen. Ja, weiß ich jetzt auch dank ein paar Leuten. Dass das Pilar Säule übersetzt heißt. Auf jeden Fall bedanke ich mich an den Leuten für die Übersetzung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es alle war. Auf jeden Fall drei Leute, glaube ich. Oder zwei. Ja. Auf jeden Fall ein paar. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr dann gemeint seid. Und ja, danke an euch. Wow, wow, wow. Okay. Und vorsichtig. Einmal gucken, was da drin ist. Ein Bumerang. Okay. Wie auch immer. Ein Eckenwächter. Ah, hier kann ich hoch. Okay. Was gibt's hier? Ein Morgenstern. Obwohl, die könnte ich mal ausrüsten. Ist der vielleicht besser? Hm, ein bisschen, okay. Dann lass ich's mal so. Komm ich da vielleicht hoch, irgendwie? Nein. So auf jeden Fall nicht.